Im letzten Part von Zelda Breath of the Wild haben wir diesen Dungeon hier gefunden, beziehungsweise Schrein. Und ich würde sagen, wir machen diesen heute doch direkt mal. Ich bin gespannt, was es hier für tolle Rätsel gibt und was wir hier für Schätze finden und so weiter und so fort. Ah, die Leiderzeit ging erstaunlich schnell. Dann schneide ich die vielleicht gar nicht raus. Blaues Feuer, okay. Alles klar. Ein Schrein komplett von Lava umgeben scheinbar. So, was soll ich hier tun? Also, das ist metallisch hier, oder? Ja, ich kann das hochziehen, aber das kommt auch gleich bestimmt wieder runter, wenn ich es loslasse, oder? Ja. Kann ich einfach das Ding so hochziehen? Einfach sagen, ja, okay, das geht, alles klar. Könnte man hier auch geduckt durchkommen? Geht das? Sieht ehrlich gesagt, ja, nicht so aus, alles klar. Gut. Dann kommt da drüben Wasser raus, oder was auch immer das ist. Ja, das sieht nach Wasser aus. Da ist zu. Hier haben wir eine Fackel. Kann man hier anzünden, eventuell? Ähm, testen wir mal aus. Scheinbar nicht. Feuerfeier eventuell. Wahrscheinlich nicht, aber ich will es trotzdem austesten. Am Ende ist es gar keine Fackel. Es ist einfach nur irgendwie ein Ding, was hier rumsteht. Keine Ahnung. Ja, das wird wahrscheinlich sein. Okay, ähm, da oben ist ein Schalter. Wow, hier ist... Keine Treppe mehr. Gut. Und dann haben wir... Hier noch Spaß mit diesem Plattformen, alles klar. Äh, einfach hier hinziehen, oder was? Ja, okay, das ist jetzt nicht wirklich schwer. Ja, dann kommst du... Ja, rüber zu der Kiste. Moment. Äh, achso, abstoßen einfach. Ja, macht Sinn. Kann ich das auch mit der machen, wo ich drauf bin? Nee, das geht eben nicht. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Moment. Gehen hier hoch. Und nehmen dann die... Untere... Komm, komm, ich die Moment so. Nehmen die untere... Hier so rüber. Ja, genau, okay, das ist klar. Und holen die dann hier her. Perfekt. Gah! Ich sollte halt ein bisschen... Okay, man könnte die noch ein bisschen näher hier dran holen. Dann würde das besser klappen. Alles klar, ist notiert. Aber wir haben es hingekriegt. Oh, ein Königsbogen, sehr schön. Äh, habe ich alles Huhn? Nein. Okay, es gibt also noch welche. Wo auch immer. Was ist da oben? Ist auch noch einer. Okay, das heißt, der Schreien geht wahrscheinlich oben noch ein ganzes Stück weiter. Ach, da ist das blaue Feuer, was... Ah, und da... Ah, damit muss ich die Fackel wahrscheinlich anmachen. I see. Okay. Das ergibt natürlich Sinn. Alles klar. Ja, blaues Feuer. Ist ja nicht das erste Mal, dass es blaues Feuer in Zelda gab. Gab es ja auch in OEC. Aber da hat es einen anderen Effekt. Damit konnte man Eis schmelzen. So, deswegen liegt ja auch eine Fackel rum. Ja, okay, ich wollte sagen, ich nehme die direkt mal. Weil ansonsten, ich habe nichts, was angebrannt werden könnte. Glaube ich zumindest. Ja, komm. Das Schwert hier ist eh fast kaputt. Wobei... Ach gut, doch, komm. Wenn das Schwert ist eh fast kaputt, dann können wir die Fackel hier nehmen. Und die auch ausrüsten. So. Sehr schön. Prinzipiell könnte ich ja jetzt zurückgehen, das Schwert wiederholen. Aber ich weiß nicht, ob ich die... Ja, Fackel noch brauche, da hinten nämlich. Okay, Moment. Wow, ja, gehe nicht da ran, bitte. Zu dem Schalter komme ich auf jeden Fall noch nicht. Also ist das hier wirklich Wasser, was wahrscheinlich jetzt versucht, mich irgendwie zu löschen oder was? Ja, aber das ist ja nicht... Das trifft mich ja gar nicht. Hier kann man einfach ganz normal durchlaufen. Nur mal so... Random gefragt. Könnte ich jetzt auch einfach sagen, ich nehme eine Pfeile und schieße ihn ja durch. Das wird nicht funktionieren wahrscheinlich, weil... Hier halt das Wasser an der Nähe ist. Aber kann man quasi wie in den alten Zelda-Spielen auch einen Feuerpfeil machen, sag ich mal. Ja, das funktioniert scheinbar echt cool. Aber wie gesagt, der... Wird durch Wasser gelöscht. Und außerdem kommt man gar nicht mit dem bis nach hinten. So. Wäre ja auch seltsam, wenn das in alten Zelda-Spielen funktioniert auch ein OOT nicht. Wenn ich renne, dann genau, mache ich die aus, alles klar. Wollte ich noch kurz überprüfen. Steh bitte nicht so da ran, Link. Ich will nicht, dass du dich verbrennst. Muss ich hier... Ne, ich kann ja für euch laufen. Okay. Ah, aber hier nicht. Ja, das ist... Okay, das ist scheinbar zu... Tief. Oh, ist das überhaupt tiefer? Das ist doch genauso hoch wie das andere. Warum gehen wir das jetzt nicht? Ich denke mal, kann ich die auch... Ja, geduckt kann ich die auch nehmen, alles klar. Dann muss ich da wahrscheinlich einfach geduckt durch, schätze ich mal. Okay. So. Kannst du bitte anzünden? Dankeschön. So, und nochmal. Geht das? Ja. Perfekt. Und einmal hier anzünden, sehr schön. Und dadurch wird da drüben ein Fahrstuhl aktiviert. Alles klar. Mit einer weiteren Fackel. Okay. Aber das muss ich jetzt, glaube ich, echt mit einem Pfeil machen. Kann das sein? Weil da, da hin komme ich ja gar nicht. Außer ich kann jetzt... Ist da drüben vielleicht die Trette entstanden? Nee, ist ja nicht. Aber das... Allerdings ist aus, das Wasser hier. Cool. Okay, dann... Ah, guck mal. Also überträgt die sogar auf den Pfeil. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Das gegen die alten Spielen, glaube ich nicht. Da muss man halt durch die Fackel wirklich durchschießen. Oh, jetzt ist es wieder weg. Doof. Kannst du bitte wieder runterkommen? Fahrstuhl ist ja auch voll toll von dir. So. Perfekt. Ah, und dadurch wird die Treffer ausgefahren. Die kommt aus der Lava raus. Die müsste jetzt eigentlich geschmolzen sein. Oder zumindest... Äh... Ist hier jetzt wahrscheinlich sauheiß. Aber das juckt, klingt ja nicht. Er läuft einfach drüber, als wäre nix. Er hat auch die Antifeuerrüstung, muss man sagen. Ja, ja. Und jetzt können wir den Schalter drücken und gucken, was passiert. Oh. Da kommt eine Kugel auf mich zu. Äh. Nicht mit mir. Ah, ich kann die jetzt gar nicht. Moment. Äh. Gehst du wieder zurück? Geht das? Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch brauche. Deswegen... Ich nehm ihn mal mit. Vielleicht brauche ich ihn noch irgendwo. Komm mal mit, Kugellein. Dübdi, dübdi, dübdi. Wir laufen hier schön hoch. Ja. Und tschüss. Das war die Kugel. Ich habe keine Ahnung, warum die gerade nach unten gefallen ist. Aber egal. Okay. Hier haben wir jetzt sogar mehrere Truhen und Wächter. Das gefällt mir nicht. Am besten, ich kämpfe mit denen gegen... Äh. Gegen die mit der Fackel. So. Hallöchen. Hallöchen. Oh. Wir müssen auch treffen, eventuell. Das wäre... Ja. Eine gute Möglichkeit. Bam. Und... Ich habe letztens wieder ein bisschen Twilight Princess gespielt. Einfach so, weil ich mal ja Lust drauf hatte. So ein bisschen... Einfach das Spiel nochmal angemacht. Und ich liebe das Kampfsystem einfach an dem Spiel. Die Kämpfer sind so geil in dem Spiel. Auch am Ende muss man ja so ein Duell quasi gegen Ganondorf machen. Also so ein Schwertduell. Ist, glaube ich, die letzte Phase im Endkampf, oder? Irgendwie so war das doch. Und... Boah. Das habe ich nochmal gespielt. Das war so geil. Einfach diese ganzen verschiedenen Techniken, die es in Twilight Princess gab und alles. Das ist so cool. Ich liebe das einfach. Die ganzen Sachen, die man von dem Schwertmeister lernen konnte und so. Also von... Von... Ja, dem Stahlfoss. Ähm... Ja, cool einfach. Deswegen... Äh... Ja, finde ich auch cool, dass das Spiel hier auch so ein paar Techniken hat, sage ich mal, die man aus Twilight Princess eben auch kennt. Ist definitiv sehr cool. Also ich würde sagen, vom, ähm, Combat her ist Twilight Princess definitiv mein Lieblings, älter. Wenn ich jetzt spontan eins auswählen müsste. Ah, das ist... Wasser. Okay, das ist uncool. Muss man jetzt irgendwie vielleicht die richtige zuerst anzünden, oder so? Oder was ist hier gefragt? Nee. Ist hier irgendwas dahinter? Nö. Kann man die blockieren irgendwie? Also einen kann ich zum Stillstand bringen. Vielleicht muss ich den zuerst machen, dann halt den. Ja, alles klar. Ich glaube, das ist jetzt Lösung. Habe ich eigentlich an der Thron? Nee, immer noch nicht. So, geh ich dazu? Okay, eh, zum Glück nicht. Das heißt, einmal anreicht. Ah, jetzt gehen die Düsen noch gar nicht mehr an. Alles klar. Da gibt's Sinn. Ey, das ist wieder ein Schrein. Der ist richtig cool einfach. Oh Gott, das könnte jetzt anstrengend werden. Hier zu überlegen, wie man das eben am besten macht. Kann ich einfach noch Feuerpfeil schießen? Am besten, wenn die beiden so... Nee, Moment. Oh, nichts in der Thran, bitte. Guck mal. Einfach, wenn die hier weggeht. Und jetzt nochmal die da hinten. Ja, das geht perfekt. Perfekt. So ein geiler Schrein einfach. Okay, jetzt komme ich hier scheinbar per Wind rüber, schätze ich mal. Ja. Aber die Frage ist, wie ich das Feuer mit rüber nehme. Kann ich das einfach auch per Pfeil anmachen? Oder die Fackel kann man wahrscheinlich nicht mit transportieren, oder? Wow, ups. Dann wahrscheinlich einfach per Pfeil. Trifft das? Ah, fast. Bisschen höher. Ja. Wow. Ach, da ist sogar noch eine gewesene Fackel. Die ich wahrscheinlich... ...noch einfacher hätte treffen können. Na, egal, was soll's. So, sehr schön. Ey, wirklich ein richtig cooler Schrein einfach. Also, okay, ähm... Die Truhe da kann ich mir wahrscheinlich einfach so holen, oder? Ja. Komm mal her. Ja. Nicht runter, bitte. Am besten, ich schmeiße die Lava rein. Sie kommt nie wieder hoch. Okay, nett. Kann man mitnehmen, würde ich sagen. Okay, wir gucken mal weiter. Oh Gott, mehr Wächter. Moment, kann ich einfach... ...den Boden anbrennen, damit sie auch? Hä, nice. Wow, kannst du nicht? Das ist witzig. Voll die Fehlfunktion einfach von ihnen jetzt. Tschüss. Okay, vielleicht sollte ich nicht das geile Feuerschert benutzen. Äh... Einfach das Master Sword. Und tschüss. Ich liebe die Kampftaktik in dem Spiel. Dass man einfach Feuer machen kann und einfach die ganzen Wächter anbrennt. Da hinten ist noch eine Truhe. Ey, wie... Wie viele verdammte Truhen haben wir eigentlich in diesem Dungeon hier? Schrein, ich weiß. Aber ich bin einfach gewohnt, Dungeon zu sagen. So, äh, ja. Nehme ich die Axt mit? Eigentlich nicht, weil ich kämpfe... ...lieber den Schwerthal. Auch wenn das jetzt ein bisschen schwach ist, aber was soll's. Ich lasse das einfach da liegen. Gut, kommt hier noch irgendwas Böses runter oder so? Okay, das ist interessant. Ich mach die Truhe mal auf. Oh, Weisfire ist ja schön. Waren das jetzt alle... Nein, immer noch nicht. Da ist noch... Ah, da ist die, die ich vorhin gesehen hab, oder? Ich komm mich an die da hin. Äh, das ist ein interessantes Rätsel. Ich kann dich aber... Ne, nicht holen damit. Wie komm ich zu dir hin? Einfach durch den Wind, oder was? Es ist auch spannend, wie ich jetzt zum Teufel nochmal... ...die Fackel herbekomme. Ich hab's auch noch eine Idee. Moment, also, ich will die Truhe kurz holen. So, ja. Nein, was machst du? Oh, bist du dumm, Link. Ja, okay, tschüss. Verbrenn halt in der Lava. Ja, tschüss. War schön mit dir. Tja. Und da liegt er nun. Komplett verbrannt. So. Perfekt. Ein Waldschwert. Ja, ist ganz nett, aber... Hm. Ich kann bestimmt was wegwerfen. Hm. Einfach die... Einfach die... Oh, das hier... Ich mag zu kurz Schwerter eh nicht kommen. Vielleicht damit. Vielleicht dumm, aber... Gut. Und dann gehen wir jetzt bitte hier rüber. Bitte lande da drauf. Ja, nicht so. Oh, ich kann mich... Nein! Ich hätte mich noch retten können. Oh! Wenn ich nicht in die Solle davor geflogen wäre, dann hätte ich nämlich über dieses Wind-Dings fliegen können und wäre so noch zurückgekommen irgendwie. Na, okay. Was soll's. So. Und hier rüber link. Perfekt. Wow. Fall nicht runter. Okay. Ich glaube, das Reset zur Lösung ist einfach. Wobei. Jetzt geht's aus. Ja, wenn ich jetzt das Überbringer. Ja. Kann ich das Ding auch wieder stoppen? Einfach? Ja, das geht. Okay. Ja, dann ist es relativ einfach, würde ich sagen. So. Ja, okay. Ich warte jetzt nochmal. Und dann stoppe ich's gleich nochmal. So. Ach, jetzt muss ich... Warten, bis das aufgeladen ist. Ja, okay. Die paar Sekunden können wir uns mal antun. Und wie das Wetter heute bei euch. Na, ich fahre's. So. Und dann... Wupp. Dann wechseln wir schnell. Und... Sehr schön. Das reicht ja, oder? Jo. Gut. Nehmen wir es noch ganz mit nach drüben. Die Richtung. Genau. So. Perfekt. Und dann... Ja. Landen wir sicher. Du weißt doch, was sicher heißt. Link, oder? Lauf meine Waffen vorbei. Du, 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 du. Der Schreiner ist auch schön lang einfach. Und machen wir erst mal an. Und jetzt ist die Frage, was zum Teufel muss ich hier machen? Ich kann ja schlecht alle von denen einfach stoppen. Moment, was kann's sein? Ja, guck mal. Nein, doch. Hm. Ich dachte gerade erst, dass ich, als ich mit dem angefangen hab, dass es quasi richtig war. Weil es kurz nicht, äh, aktiviert wurde. Wahrscheinlich wohl nicht. Okay, bei dem Rätsel hab ich jetzt wirklich keine Ahnung, wie man das lösen soll. Ist hier irgendwie eine Reihenfolge oder so, wie ich die aktivieren muss? Nee, das... Das geht definitiv nicht. Na komm. Nach einer Zeit fängt das Ding halt... Meine Güte, mach dir das an. Nee. Egal was. Wenn man sich einfach mal so denken... Ich deaktiviere das hier. Nee, das geht auch nicht. Warum gehen die jetzt aus? Weil das Ding ist ja gar nicht angegangen eigentlich. Okay, das Rätsel check ich nicht. Kann man hier... Nee. Ich dachte gerade, vielleicht sieht man an dem Wasser heben, mit welchem man anfangen muss oder so, aber nee. Ist das hier irgendwie ein Symbol oder so? Also die drei haben was weißes, Trainer. Die fuck, genau. Ich denke mal, das ist einfach nur mit den Lichtverhältnissen. So, ja. Die sehen ja genauso aus. Einfach, das ist nur mit den Lichtverhältnissen. So, dass die hier so weiß wirken. Okay, ähm... Da muss ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen überlegen. Oh. Ja, okay. Das war... Äh, ja. Okay. Alles klar. Gut, wir haben es nicht gekriegt. Haben alle Truhen? Ja, sehr schön. Einfacher als gedacht. Ich habe halt irgendwie eine Reihenfolge jetzt die ganze Zeit gesucht, aber okay. Man muss einfach nur kurz, äh, ja, stehenbleiben und so eine Wörterattacke machen. Hätte ich drauf kommen können, als ich es direkt gesehen habe, aber okay. Hat nur ein bisschen gedauert. Dafür war das Schreien echt ziemlich, ziemlich cool. Muss ich definitiv ein Lob aussprechen. Genau so sollten einfach alle Schreien im Spiel sein. Weil genau das ist das, was ich schon mal erwähnt habe. Es fängt dann mit einem Konzept an. Du hast eine Fackel, musst die Färme entzünden. Und so wird es eben immer weiter getrieben. Dann kommt irgendwann das Wasser hinzu. Dann kommen irgendwann bewegende Plattformen hinzu. Und so weiter und so fort. Das ist einfach voll cool. Oh, meine Fackel, er brennt. Ähm. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ich bin in einem letzten Part von hier oben quasi reingeflogen. Ähm. Kann ich? Ja, guck mal. Das Ding kann man hier scheinbar auf die Schienen setzen oder was? Ja. Und wie bewege ich das jetzt? Ich habe eine Idee im Moment. Äh, so. Mein Mann, war es mal von... Ja. Wie habe ich mich gerade verletzt? Ach, egal. Ähm. Wann ich mal von hier? Nimm das Master, Schwert, weil es halt unkaputtbar ist. Und dann schlagen mir ein bisschen. Dagegen. Ich hoffe, das funktioniert so. So, und jetzt. Schnelle rein und... Es funktioniert nice. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So, ähm, gut. Dann bin ich jetzt irgendwo im Nirgendwo, aber ist mir egal. Ähm, heute machen wir, neben diesem Schrein von gerade eben, Sachen, wo ich noch gar nicht weiß, was wir eigentlich machen wollen. Ich gucke mal, ich kann hier mal ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja hier noch den ein oder anderen Grock, weil ich glaube, hier war ich noch nie. Und dann überlege ich mal, was wir machen könnten. Guck mal, der Schleim da hinten nippt voll, äh, spaßig rum. Der hat seinen Spaß bei der ganzen Sache. Das gefällt mir. Hat er was geleuchtet? Keine Ahnung. So, wir können jetzt natürlich, ähm, die Bilder suchen, für die Hauptstory. Also, was heißt Hauptstory? Ihr wisst, was ich meine. Die Ballade halt. Ich sag gleich einfach Hauptstory zu. Auch wenn es DLC ist, ihr wisst, was ich meine. Meine Güte. So, ähm, oder wir machen dir eine Schrein-Quest, die wir im letzten Part in Goronia noch angenommen haben. Wobei ich da auch gerade nicht weiß, wo ich überhaupt hin muss. Muss ich gleich nochmal gucken in der Beschreibung. Ja, komm, dann machen wir die. Hier, dann suchen wir heute den Schrein und sind glücklich, würde ich sagen. Aber erstmal laufe ich den Berg noch ein bisschen hoch, weil hier oben könnte ja noch irgendwo ein Krok sein. Weil ich hier, glaube ich, noch nie war. Das jedenfalls eine Eidex oder so aus einer Art. Komm mal her. Dankeschön. So. Okay, hier oben ist tatsächlich Nick scheinbar. Außer die Eidexe. Ja, die Mühe hat sich gar nicht gelohnt. Okay, ähm. Falsch. Hier, Questbeschreibung, Tagebuch. Ähm, welche ist denn das gewesen? So, Goronia wahrscheinlich. Genau, der verloren hat Bruder. Pladons Bruder Gonguron lässt sich zu Hause nicht mehr blicken. Er soll zum Maruro-Tunnel, zu westlich des Maruro-Teils gegangen sein, um nach den Geheimnissen des Helden zu graben. Habe ich ein Symbol für? Nee. Nur Goronia, wo ich halt die Quest anfange quasi. Okay. Und das ist einfach nur Lava. Sehe ich hier vielleicht noch irgendwo ein Krokko oder so. Ja, okay, wir müssen auf die Karte gucken, wo der Maruro-Teich ist. Ist ja der Runia-See. Da man sehe, ist das eine Einspielung an Darmani. Das war auch, glaube ich, der aus... Äh, Dings, ihr wisst schon. Das war der Princess. Ah, das ist ja der Maruro-Teil. Ja, Maruro-Tunnel ist da, alles klar. Ich habe jetzt Lust, von hier einfach wegzufliegen. Vielleicht entdecken wir noch irgendwas Spannendes auf dem Flug oder im Flug, wie auch immer. Ach ja, ich habe mich ja auch im vorletzten Part, glaube ich, gewundert, was das, äh, Fehler auf dem Map einfach unten heißt. Es ist mir nach dem Part klar geworden, und dann stand auch in den Kommentaren, es ist einfach nur weniger Temperatur hier, weil es halt so ultra heiß ist, dass die nicht gemessen werden kann. Ist ja auch irgendwo logisch. Aber das habe ich irgendwie im letzten Part nicht gecheckt. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich so sympathisch hier an diesem Feuergebiet finde? Das ist hier wahrscheinlich... Ah, guck mal. Oh, okay, ist doch kein Krog. Ich dachte gerade schon. Das ist hier wahrscheinlich... Oder ist hier so ein Krog-Kreis eventuell? Moment. Ich sehe gerade nix. Hier unten vielleicht irgendwo... Ah, tatsächlich! Äh, da! Okay, er ist noch da, alles... Nee, Moment. Doch, das ist ja, alles klar, perfekt. Ja, ähm, jedenfalls, ich finde es sehr sympathisch an dem Feuergebiet hier, dass es hier wahrscheinlich nicht regnen kann. Deswegen ist das Glätter noch einiges einfacher. Das finde ich sehr, sehr angenehm. So. Und wenn es hier doch regnet, regnet es wahrscheinlich Lava oder so, keine Ahnung. Oder wegen C&B X in Coldro's einfach Schwefelregen oder so. Oh Gott. Ja, tschüss. Okay, das hat sich gelohnt. Sehr schön. Ein weiterer Krog für unsere Krog-Bilanz. Ähm, ja. Auch, was ich mir heute auch bei Twilight Princess-Spielen so gedacht habe, ähm, wie gut doch das Overworld-Team aus dem Spiel ist. Es ist prinzipiell eigentlich nur das ganz normale Zelda-Main-Theme halt irgendwo. Aber ich mag einfach so, wie, äh, wie das Siemens Twilight Princess klingt. Das finde ich voll cool. Wow. Und da ist mir so die Idee gekommen. Ich könnte auch am nächsten BOTW-Partner fragen, was ist eigentlich euer liebstes Overworld-Team aus der Zelda-Serie? Also meint es ganz klar BOTW, weil es keins hat. Nein, Spaß. Ähm, ich weiß gar nicht. Also das ist echt eine sehr schwere Frage, wie ich finde. Weil eigentlich echt, Zelda-Musik ist allgemein ziemlich geil. Ich denke mal, da können wir uns alle drauf einigen. Egal in welchem Spiel. Ähm, ja okay, außer vielleicht in den CD-i-Zeldas. Aber davon redet ja auch keiner. Ähm, und deswegen, ja. Wüsste ich gar nicht, welcher Track mein Liebster ist. Wir können ja mal spontan alle durchgehen. Ja, von Zelda 1 ist einfach super ikonisch. Und, äh, ja. Da muss ich, denke ich, nicht viel zu sagen. Ist einfach ein toller Track. Den von Zelda 2 habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf. Obwohl ich letztens noch, ähm, ein Video zu Zelda 2 gesehen habe. Was ich tatsächlich, ähm, unterstütze das Video. Da ging es nämlich darum, dass Zelda 2 ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie immer alle sagen. Und ich stimme dem Video prinzipiell sogar zu. Aber das Ding an Zelda 2 ist halt, dass das Spiel einfach mega unfair ist. Es ist halt, ähm, ja, vom Schwierigkeitsgrad her sind die Kämpfe teilweise einfach mega unfair. Und das macht Zelda 2 für mich kaputt. Aber ansonsten mag ich das Spiel eigentlich echt ganz gerne. Sowohl das, ja, Soundtrack ist wie immer halt top. Das Dungeon-Theme vor allem ist mega geil. Ähm, Obstuch ist das halt ganz cool für den NES. Und, ja, auch einfach, es ist halt was anderes einfach. Das muss man irgendwie mögen, aber prinzipiell mag ich es tatsächlich irgendwie. Ich habe das Spiel, ähm, vor Ewigkeiten mal gespielt gehabt. Und da habe ich es halt nicht wirklich gemocht. Aber jetzt habe ich das vor kurzem, ähm, im Switch, äh, äh, Online-Dings. Einfach mal gedacht, okay, komm. Du hast jetzt das, äh, Abo wegen Smash Bros. und Mario Kart 8 gekauft. Wie wäre es, wenn du einfach mal so ein bisschen die NES-Games auch zockst. Und da habe ich SNB 3 nochmal durchgespielt, weil das ein super Jump'n'Run ist. Und auch, ähm, Zelda 2 halt angefangen. Ich habe es nicht durchgespielt, bloß angefangen. Und ich habe echt gemerkt, das Spiel macht mir echt tatsächlich irgendwo Spaß. Es ist wirklich im Kampf einfach mega unfair, aber es macht mir Spaß. Aber egal, es ist gar nicht das Thema. Ähm, jedenfalls habe ich das Oberbüttel-Team davon gerade gar nicht mehr am Kopf. Ja, es ist von der Link to the Past, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Ist einfach auch sehr ikonisch, aber ich würde nicht sagen, ist mein liebster Track. Das war Link's Awakening. Da gibt es sogar schon teilweise mehrere Tracks, ähm, halt, wenn man in den, äh, äh, im, im, im Gebirge ist. Es gibt es halt einen anderen Track, logischerweise. Und ich liebe das, äh, Total Mountain-Team. Es ist einfach so geil. Ich freue mich so darauf, den Track im Remake zu hören. Man konnte schon mal so einen kleinen Teil davon quasi hören, als Nintendo ein Video auf Twitter davon gepostet hat, wie Link halt durch das Total Tiger-Bloge gelaufen ist. Und, boah, das klingt einfach so gut. Ich liebe es einfach so sehr. Ich mag die 8-Bit-Festival schon total gerne, aber das klang einfach, oh, Oh, ich freue mich so auf das Remake, Leute. Ich freue mich so darauf. Weil ich mag Link's Awakening prinzipiell echt gerne. Ich habe durch das als Player, ähm, meine, meine Liebe zum Spiel quasi wiederentdeckt, weil ich mochte das Spiel tatsächlich, ähm, nicht, ich habe es nicht so gut in der Erinnerung, muss ich sagen. Aber durch das LP habe ich halt echt immer gemerkt, dass es eigentlich echt besser ist, als ich dachte. Vor allem das Dungeon-Design und so. Ähm, ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich darf einfach so ein bisschen durch das Gebiet hier durch und hoffe, ich finde irgendwas. Ich werde mal ganz kurz die Beschreibung durchlesen. Ähm, Maroko-Tunnel südwestlich ist Maroko-Theis gegangen sein. Südwestlich. Ja, okay, jetzt bin ich eher südlich gegangen. Da muss ich noch ein bisschen südwestlich gehen. Ja, jedenfalls, ähm, ich weiß halt nicht, wo der Tunnel jetzt ist hier. Ob ich einen Tunnel damit gemeint ist oder so. Jedenfalls hat Link's Awakening halt auch einen ziemlich coolen Track, äh, ja, Oberbettrack, wie ich finde. Aber der Turtle Mountain Track, der sticht einfach nochmal raus. Das ist damit gemeint hier. Ah, sieht so aus. Geht's dir gut? Denk mal, du willst was zu essen haben, weil hier ein Lagerfeuer steht. Hi.